So, Freunde, wir haben euch was zu sagen, was wichtig ist, TikTok, schauen uns TikToks an. Ja, die für mich perfekt angepasst sind, oder? Ja. Mein Name ist Kilian Heinrich, ich bin 25 Jahre alt, wiege leider 118 Kilo, komme aus Berlin-Pankow und bin auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Wenn du mindestens volljährig bist und auch auf der Suche nach der Liebe deines Lebens bist, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich glaube, dass ich hier auf dieser Plattform genau das finde, wonach ich suche. Ey, der hat da Mönchung. Stimmt. Ja, der hat den Noten. Ja, der hat den Ehrenmann. Oh, wie der schon reinkommt, der ist richtig gefährlich. Was denkst du, was du bist? Was hast du gemacht? Falsche Back oder was? Boah, der sieht aber böse aus. Der hat in Deutschland keine Steuern gezahlt. Der hat in Deutschland keine Steuern gezahlt, ja. Wenn ich wollte, könnte ich viele Steuern vermeiden. Macaroni. With the Chicken Strips. Ey, das sind manche Menschen, ne? Manche Menschen, aber du machst, du bist ja auch bekannt fürs Stöhnen. Ah, nein, ihr. Du könntest echt mal so einen Schmendei synchronisieren. Hätte richtig Bock. Hättest du wirklich, oder? Nein, hätte ich nicht. Doch, hättest du wirklich. Nein, nein, nein. Deine Stöhne in einem Schmendei. Würde ich mir anschauen. Guckst du? Schmendei. Äh, nein. Schmendei. Guckst du? Ich guck gar keine. Du guckst diese krassen Tentakel-Sachen, ne? Na, was? Sowas gibt es? What the fuck? Boah. Okay, jetzt lernen wir was. Drehen. Hand durch. Geht nicht, ne? Auch nicht, auch nicht. Zwei Hände durch. Ne, auch nicht. Ah. Boah. Okay. Wenn mich jemand so wirkt. Einfach aufgeben. Wie bereit die ist, dir echt danach noch so eine Schelle zu geben. Guck mal, oha, ey. Guck mal, was sie für eine Bereitschaft hat. Bam, bam, boom. Steigt aus. Und steigt dann nach hinten wieder ein. Boah, jetzt hab ich voll Angst, ey, wieder Taxi zu fahren. Ah, nee, sitzt sich ja hier. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Der Taxifahrer hat von dir, glaube ich, eher Angst. Ja. Sollte ja. Sollten sie auch. Was ist denn das? Wer baut denn sowas? Ganz ehrlich, wir haben so viele Wissenschaftler, die dann irgendwie so, weiß nicht, eine Förderung bekommen und sagen, oh, wir bauen da was krasses. Das ist doch einfach nur pervert. Das ist doch nicht dafür da, um irgendwie eine Stimme zu imitieren. Du bist ja in einem ganz anderen Film, merke ich gerade. Nein. Das ist etwas, was die Welt braucht. TikToks, die auf mich zugeschnitten sind, ne? Ah. Das ist das, was die Welt braucht. Und doch mal in klein. Perfekt. Für Leute wie uns, weil wir sehr klein sind. Und kleine Friends haben. Ja. Wir sollten dazu einfach stehen. Boah, das will ich mich nicht trauen, sobald. Ich kann das schon. Du kannst schon, was ist das? Wie geht das? Es ist einfach so real irgendwie aus. Aber es sah so real aus. Aber der bewegt doch seinen Arm. Mhm. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Korrekt, erinnert mich an deine ganzen Videos. Da kanntest du mich schon. Chill ich gerade mit einem Fan. Ja. Ultra. Hallo. Ma'am. You got a problem, motherfucker? Yes, I do have a problem. I want a fucking phone. It's an important phone call. That's my problem. Can you do it somewhere else? Did you just touch my truck? No. Boah. Die ist auf Graber. Oh. Oh, you're gonna go there, huh? Pass mal, pass mal. Pass mal. Ich dachte, die prügeln sich jetzt. Was ist hier? Aber es war irgendwie cute. Pärchen. Ach. Kennen wir nicht, ne? Alter. 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 Also, das sind ja schon so Stunt, Leute. Aber der zweite Move, wo sie aufs Genick fällt. Safe in the Nackensperre gegeben. Guck mal, der jetzt hier. Boom. Das sieht aber auch so gut aus, ne? Voll. Alter. Alter. Bye-bye. Bye-bye. Die würde uns beide so zusammenschlagen. Voll. Und dann würde sie bye-bye sagen. Bye-bye. Schatz, kannst du das Licht ausmachen? Ja. Die kompletten Lichtschleiner kaputt. How come every time you have sex with someone they leave every single time? So, so, when they leave. Okay, I'm not really sure, but check this out. So, I installed this app called Desktop Goose. It makes a little goose appear on your screen. Basically walks around and tracks dirt and rice messages. And sometimes he pulls out memes. Er scheißt, er geht nicht drauf ein, er einfach so, ja, keine Ahnung, aber guck mal hier. Läuft da auf dem Desktop herum. Die ist so geil. Und das Geile ist, die schreibt manchmal irgendwelche Sachen. Das ist ja mega ätzend, aber irgendwie cute. Und zieht manchmal Entenmemes raus. Das ist was braucht man auf dem Desktop auf jeden Fall. After spending three years plus in Germany, let me introduce you to all my German friends. Ich wette, sie hat keine. Und hier kommen wir ins Spiel. Liebe Freunde, let's go. Wir gehen zu ihr. Ach so, wir gehen zu ihr, klar. Also, liebe Woof Woof, wenn du jemanden zum Trinken brauchst, wir werden ready. Instaverse Reality. Oh, wie geil. Okay, so ist Relive, ja. Oh, es sieht auch fast aus. Oh, nee, gar nicht mehr. Nee, danke. Madeira. Ah, ist echt so. Ich war auf dem Berg das eine Mal, da war das Wetter, Anderen Tag, aber das war wie bei Instagram davor. Ach echt, ja? Ja, so weird. Rome. Rome. Boah. Wie in der Schweiz. Alter, da ist das scheiße, ey. Scheiße Wolken immer. Ja, können wir einfach gelassen zu Hause sitzen bleiben und... Ja, müssen da nicht hin. Genau. Wenn dich jemand fertig machen würde wegen deiner Schwärmich in der Runde, würdest du auch nicht still sitzen bleiben, ne? Diese Leroy Clips sind die Besten. Oh, der ist schon gut. Der ist sehr gut. Das wird bestimmt sehr... Erotisch? Würde, aber ist trotzdem sehr erotisch noch. Ja, das ist schon peak, finde ich. Ja, da wird man schon ein bisschen wuschig. Ich ging in eine Muscle Girls Bar in Ikebukuro Station, wo die Hande schweizen die Drinks für Sie und haben random Performances all throughout the night. These girls were doing all sorts of different things and what makes this place even more fitting is that they serve you Protein-Drinks to make you feel just as strong as them. Protein-Drinks. Guter Laden. Da will ich hin. Da will ich hin. Irgendwie übelst cool. Ja, das ist super cool. Also wenn ich wieder mal so im Training-Modus bin, dann würde ich da halt safe immer trinken. Safe. Ich kriege meine Proteine. Ich werde super motiviert. Und du fühlst dich einfach super schwach. Weil die einfach alle stärker sind. Ja, aber es motiviert ja. Ich trainiere lieber mit stärkeren Leuten. Ich glaube, mein Personal Coach wäre einfach schwächer. Ist eigentlich wie wack. Mach mal 10 Squats, dann sag ich dir, dann macht er selber mal 10 Squats. Dann sagt er, ah, kann ich leider nicht. Ja, dann hätte ich auch keine Motivation. Umgib dich immer mit Besseren. Deswegen gingst du ja auch mit mir ab. Boah. Oha. Alter, das kam gerade unerwartet. Einfach zum Gott geworden. What the fuck. Ich hätte so Lust, auch mal Cosplay zu machen. Warum machst du es nicht? Weil ich das gar nicht kann. Aber ich so richtig, ich hätte schon Bock, weil ich liebe ja schon Animes so und mal. Ich wäre gerne ein Transformer. It's been 10 years. Oh. Das Logo von YouTube kenne ich eigentlich nicht. Das dann erinnere ich mich auch nicht. Ich weiß nur, dass man früher mit, es gab so ein anderes Likesystem, mit Sternen, ne? Snapchat weiß ich noch, mit dem Smiley. Ach, Snapchat hatte ein Smiley? Ja. Zu der Zeit hatte ich es genutzt und danach nie wieder. Der, wie hässlich das davor war. Hä, ist doch voll fresh aus. Das ist einfach hier von, wie hier, von Iron Man. Ja, ist ein bisschen too much vielleicht. Das Logo ist halt voll hässlich. Ja, ich glaube, es ist der Apple Store. Instagram kennt man noch. Dieses braune, ne? Ja. Ja, boah, das war, alter, krass. Holy shit, das ist eine ganz andere Zeit. Da wart ihr alle noch gar nicht geboren, Freunde. Ich küsse ein bisschen. Hast du? Die ist küsse, ja. Wahrscheinlich fuck. Ey, die ist mega cool drauf. Direkt mal folgen, ne? Nee, ich folg niemanden tatsächlich. Ich auch nicht. Das ist deine Stimme wieder. Das war so random. Das war mein Kommentar. Ey, random, alter, random. Geht den Kommentar an. Oh, Mann. Einfach irgendwas angeklickt. Waren alle schöner von dir oder nur diese eine? Der hört sich einfach nur an wie ich. Ich glaube aber, dass ich das nicht bin. Ich hoffe, ich weiß nicht. Jetzt versuchst du zurückzurudern. Ja, zurückrudern, ganz schnell. Kleiner Typ für Frauen. Wait, warte, warte, warte. Das ist nicht ihre Lippe, das ist ihre Zunge. Boah, das sieht aber so damn real aus. Ey, es ist dachte in Real Talk, das war ihre Lippe. Boah, dann sagt ihr so, ey, gib mir doch einen kleinen Kuss. Und dann hast du direkt einen Zungenkuss. Oh. Ein Bär. Ein Bär. Und er kämpft einfach mit dem Bär. Er sagt einfach, Bro, du hast hier nichts verloren. Junge, wie krass ist einfach, dass ein Bär kommt. Wie krasse Menschen es gibt einfach, die dann... Keine Angst. Das erinnert mich, dieses Geräusch an junge Bären. If you have two Pillows, the top pillow is using the bottom pillow as a pillow. No way. Technically, your alarm tone is your theme song, because it starts every episode. Oh, das ist strong. Dein Wecker ist dein theme song, weil... Mein Wecker ist ja echt scheiße, dann. Ja, stimmt. Du brauchst einen viel krasseren. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Pudding hast, das lässt du einfach mal so dann da, dann entsteht ja auch so eine Kolonie an Pilzen und Schimmel und sowas. Ja. Und vielleicht irgendwann auch kleine Lebewesen, die dann ihre kleinen eigenen Raumschiffe bauen. Und vielleicht ist die Wellkugel nicht mehr als das. A person standing in front of you is technically the person standing the furthest away behind you. Oha. Das heißt, du bist auch die weit entfernteste Person von mir. Von hinten gesehen, ja. Aber dann könnte ich auch sagen, du stehst jetzt von der anderen Seite betrachtet so weit weg, wie es nur geht. Das ist ja das, was ich meinte. Achso. Ja. Wir sind nicht so smart wie... Boah, die ist ja übertrieben hübsch, wa? Ah, Tamiya! Was passiert jetzt noch? Ich glaube, es ist einfach eine strong woman. Die ist sehr tough. Sie macht sich ihre Haare einfach mit so Steinofen. Also wenn du sie als Frau hast, dann musst du, glaube ich, dann... Muss ich hinhalten? Was? Hey, Leute. Das ist nur dein freundliche Erinnerung. To get off your ass and go to the gym and get some bitches. Stop being lazy. You're literally sitting here watching TikTok. Wasting your life. Get off your ass and go to the gym and get some bitches. Scheiße. Aua. Aber die Zuschauer sind nicht besser, weil die uns so gucken wie... Zuschauer gucken uns an, wie wir sie angucken. Oh man. Wir sollten jetzt alle ins Gym gehen. Bitches bekommen. Nichts, für das war wir Children's不會 haben wie Wisconsin. band. ALI号 currency. Dopier 51 criticapanes. guys stimulus. Let's look at emphasized. Oh man. Auf des Anadiruums энергiring.